Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead 2, Folge 7 mittlerweile. Und ich habe ein paar Sachen, ich glaube letzte Folge, nicht ganz verstanden bzw. gecheckt. Und zwar haben die ja die ganze Zeit gesagt, ja, da streunt noch einer draußen rum von uns, also Kenny und hier der andere. Und dann nochmal hier die Dose, die wir ja auch in diesem anderen Haus gefunden haben, wo der Typ gewohnt hatte. Das heißt, ich glaube, der Typ, der gestorben ist, der erschossen wurde auf der Brücke von unserem, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das wird bestimmt der Kumpane von denen sein. Das heißt, da gibt es noch ein bisschen Erklärungsbedarf. Genau die Dose meinte ich. Hm, okay, schauen wir uns aber erstmal weiter rum. Aufheben, eine CD. Das ist schon ein bisschen her, CD-Spieler. Komm, packen wir mal da rein. Machen wir mal Musik an. Ist jetzt an? Ich glaube schon, ne? So, was haben wir noch? Ein Esstisch. Ja, ich bin echt gespannt, ob das wirklich der Typ war und wie die Situation sich klärt. Vor allem, wir haben ja noch sein Messer, ne? Und da waren, glaube ich, sein Initialen eingeritzt. Also daran könnten wir, könnte, könnte, dadurch könnte das auch fliegen auf jeden Fall. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal hier raus. Der Weihnachtsbaum. Echt eine schöne Hütte. Ist überhaupt Weihnachten? Weiß ich gerade gar nicht. Wir reden mal mit den beiden. Hm. Hm, das finde ich jetzt schade. Ich finde etwas für die Weihnachtsbaumspitze. Ja, das machen wir. Das ist mal eine schöne Abwechslung zu dem ganzen Zombie-Geschnetzel. Eine Karte. Sieht interessant aus. Was haben wir hier? Einmal den Feuer. Den Feuer, den Kamin, das Feuer, wollte ich sagen. Schön warm. Ziemlich cool hier. Aber man weiß ja, wenn es zu schön ist, dann geht es bald wieder richtig los. Und da war ja Licht draußen. War das Canyon oder war das doch was anderes? Da haben wir eine Dekoration. What a funny little guy. A funny little guy. Kommen wir hier nicht mehr zurück? Hier noch irgendwie? Kommen wir da wieder zurück? Okay, das geht. Können wir hier noch irgendwas anschauen? Oder müssen wir jetzt wirklich die Treppe hoch? Das kann auch sein. Ich glaube, das war es hier, ne? Ja, das sieht ganz so aus. Okay, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Kann Klemmer nicht laufen? Ich glaube nicht. Doch, ein bisschen schneller gehen. Richtig Gas gibt's jetzt. Guck mal, wie sie läuft. Sonst so und jetzt... Ja, aber wieso? Ich habe ja Lichter gesehen. Wie viele Leute wir sind. Wir haben Waffen, wir... Ja, aber ich frage mich noch, wem ich mehr vertrauen sollte. Wir können mit dir mal alleine reden. Das finde ich auch ganz gut. Keine Ahnung. Wenn du es bis dahin schaffst, mal ganz böse gesagt. Ich will mir keine Feinde machen. Ich will mir keine Feinde machen. Ich will nur machen. Ich will nur machen. Wir haben so lange versucht... Und... Und dann... Wenn Alvin herausfindet, wird er mich töten. Oh, oh. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich kann nicht glauben, dass ich eine kleine Mädchen für Tipps aske. Er wird dich nicht ummeilen. Er wird dich nicht ummeilen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich meine, wir wussten, dass er eh... Aber... Ich will den Stern... Ah, mein Finger nimmt sie einen Engel halt. Sie wollte unbedingt einen Engel haben, also kriegt sie einen Engel. Sie sieht so cool. Schön. Ich liebte dieses Jahr. Du weißt, jetzt, dass deine Freunde hier sind, dieser Ort beginnt zu fühlen wie eine echte Haus. Matthew und Walter sind fantastische Leute. Honestlich, es ist gefährlich, diese Art zu sein. Aber sie können es nicht helfen. Warte, bis du mit Matthew kennst. Er ist ein realer Charakter. Der erste Kind, ich glaube, er meinte mich Rita. Was sieht Matthew aus? Oh, er ist ein süßes Mann. Ein bisschen schwarzer als Walter. Er sollte bald wieder zurück sein. Ich wollte dich fragen, Könnte Kenny aus dir sein? Oh, ja. Wir kennen ihn vorher. Und... Ich bin sehr interessiert. Er wirkt verändert. Aber es ist die Wahrheit. Ich habe wirklich gedacht, äh, Mann, das ist ein anderer Mensch. Oha. Essen. Essen ist gut. Das ist schön. Ich geh zu Luke Oh, es ist aber schwer Ich geh zu Luke Scheiße Oh, ich weiß nicht, ob das eine richtige Entscheidung war, ne? Ich vertraue ihm Mit deinem Leben? Ich denke so Walter sagte mir, dass seine Familie stirbt Das ist schrecklich Eine Sache wie das kann einen Mann ziemlich hart Er hat seine ganze Familie verloren? Frau und Kind Er hat ihn ein wenig nach dem Er hat ihn nicht? Er hat ihn trinkt Oh, also Hey da Hey Ich hoffe, du möchtest das Essen Oh, es ist gut, danke Beaches und Beine Great for Nutrition Not too great on the way out, though I tell you Okay Der Kenny, der Gute So, it's Luke And Nick Nick, genau Luke and Nick You guys sure do look like a match What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends, that's all So, what was your plan here? Hold out for the winner? Actually, we were thinking of moving on Somewhere up north You ever heard of a place called Wellington? Wellington? The hell is that? Chris und ich wollten, nein Christa and I were going there Supposed to be a big camp up near Michigan Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan Think about it Fresh water, lots of land And cold ass winter, so the walkers get slow Sounds like bullshit Listen, Vanilla Ice I don't know what your deal is But you're more than welcome to take off in the morning That'd be just fine by me What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy It's fine Oh, man, ey We're not staying She's staying Huh, excuse me? Luke, listen to him I have been, but Kenny's my friend Gentlemen, please There's no need for this Now look, we've all had a long day Please eat Jetzt hab ich mich einmal auf beide Seiten geschlagen Super, ich, ich Schwierig, schwierig Schreibt mal in die Kommentare Wem, wem ihr mehr vertrauen würdet Ich meine, Kenny Was? Duck? Duck? Who's Duck? Leave him alone, Luke Hey, Clementine Would you, uh Let me a hand outside for a moment? Echt schwierig, ne? Also manche Reaktionen Ich bin mir echt nicht sicher Ob ich, ob ich Weiß ich nicht Ob ich mir so reagieren wollte Aber letztendlich ist es so passiert Kann man jetzt nicht mehr ändern Aber mich würde echt mal interessieren Was passiert wäre, wenn Man was anderes ankriegt Ja, so ist es wirklich Ja, so ist es wirklich Ich glaube es nicht Ich glaube es nicht Okay Okay Manche Okay What's the matter? Clementine Is there something you wanna tell me? You can talk to me, Clementine There's almost nothing you could tell me That would surprise me I can promise you that I'm worried about your friend I think that Don't worry Matthew will be back soon And everything will be fine Hey kids, what are you two talking about? Kenny? Hi Kenny. Miss? Please, do you have any food? Are you okay? I saw the house and I have a family. We're starving. We live down there. Of course. Why don't you come in, Miss? Bonnie. Walt, I don't know. You just gonna let her in like that? It's fine Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? Check her for weapons. Yeah. Thank you. Really, but that storm will be on us soon and I gotta get back to my family. I'll bring something out to you then. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put, I'll be right back. Er ist echt ein netter Typ, ne? I have a little girl like you. How old are you, sweetie? Ich bin elf? Ich bin elf. Ich hätte hätte älter als das gedacht. Ist Clementine echt elf? Hier bist du, Miss. Das ist zu viel. Ich glaube, dass ähm, es gab ja so ein DLC irgendwie 400 Days Later von Walking Dead und ich glaube, da hat sie auch eine Rolle gespielt und wahrscheinlich auch andere Charaktere, die wir jetzt hier treffen. Ich hab das leider aber nicht gespielt. Deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Wär nett, wenn einer von euch das kennt und mir mal in die Kommentare schreibt, wer von den Charakteren dort alles bekannt ist, weil ich, sie hab ich gerade, glaube ich, mal im Trailer gesehen. Okay. Okay, was ist jetzt los? Na, das hab ich mir schon gedacht. Ich wusste, dass etwas weg war, also ich fragte Sarita über ihre Freundin. Ich weiß, dass er er war. Für sicher. Verdammt. Verdammt, Nick! Ich glaube, dass Walter noch nicht kennt. Also wir müssen uns das quieten halten. Ich meine, wer weiß, was zur Hölle er würde tun, wenn er herauskommt. Ich werde nichts sagen. Okay. Okay, gut. Jetzt, aber du, äh, hast du noch diesen Knopf? Weil, wenn es Matthews und Walter sieht, wird er zwei und zwei zusammenbauen. Oh, wow. Es ist mit den anderen Wepungen. Okay. Geh raus. Ich find Walter und renne Interferenz. Oh. Und, äh... Schau dir von Nick. Ich bin gerade hier. Was ist denn? Ja, gut. Ich zeig's ihm. Oh, Jesus. Oh, Gott. Oh, Gott. Goddammit. Hey, Nick. Shut the fuck up. Ich kann nicht, Mann. Ich kann nicht. 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 Ich höre dich. Ich klicke. Es ist egal, was ich klicke. Letztendlich. Also, relativ egal. Die großen Entscheidungen kann man eh... Also, man kann nicht die großen Entscheidungen treffen, weil das Spiel trotzdem relativ genial ist. Es ist weg. Er hat es schon. Geht's dir jetzt aber nicht allein da raus, oder? Ist jetzt nicht hier ernst. Es ist gar keine Wurzüri. 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 Ich habe immer so eine Wurzüri. Es gab es zu Mathew, als alles begleitet. Ich weiß, dass er tot. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Es war der, der... Der Kind, was er name? Er, Nick? Ich habe ihn zu sprechen vor kurzem. Oder etwas über einen Mann. Okay. Ich konnte es sehen. Ich konnte es sehen. Ich konnte es auf seinem Gesicht sehen. Ich war nicht sicher dann. Aber jetzt... Ja, jetzt muss ich die Welt sagen. Es war uns. Es war unsere Schuld. Jesus. Ich... 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 Ich fühle mich nicht gut. Nick hat ihn. Warum rennt es... Warum rennt es... Ist Nick ein guter Mann? Oder ist er einfach wie alle anderen? Er ist. Er ist ein guter Mann, Walter. Ich habe ihn nicht gehört. Er ist nicht. Er ist immer nur allein. Ich habe ihn gesagt, was er passiert. Er ist nicht so großartig. Er ist immer nur allein. Ich habe ihn gesagt, dass er etwas wie dieses passieren würde. Er weiß, wie er immer noch weiß. Er ist immer noch besser. Er muss ihm sagen. Er ist ihm was. Er ist ihm was? Er ist ihm was. Er ist ihm was. Er ist ihm was. Er ist ihm was. Er will er. Er ist ihm was. Er will... Er ist ihm nicht klar. Er weiß wie es war. Er zu einem Geist. Er hat ihn vermutet, dass er sein würde. Er will, dass er meine Freunde. Aber ich weh. Ich gef�te Matthews. Er hat ihn richtig schnell gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihn verlet Ja, das habe ich mir Past Midnight Das Ding geht ein bisschen zu doll ab Ich wäre echt mal gespannt Oder ich wüsste gerne mal, was passiert wäre Wenn wir dort andere Sachen gesagt hätten Also hätten wir es ihm nicht gesagt Wie hätte er es selbst rausbekommen Solche Dinge halt Ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir uns zwischen Kenny und Luke entscheiden müssen Weil das wäre echt eine Schwerentscheidung Großartig Und woher sollen wir jetzt wissen, wie das geht? Aber ich würde sagen, das ist eine gute Sache Um in der nächsten Folge mal zu schauen, wie es funktioniert Und zwar sehen wir uns da gleich wieder Bis dann, haut rein, ciao